Wir sind jetzt mitten in Kreuzberg, Karabiner Straße, wird jetzt meine Szene gedreht von meiner Strophe. Das werden wir jetzt irgendwie versuchen durchzubrocknen und machen uns klar. Ich finde, da können Röck noch zwei mehr eigentlich brauchen. Genau so schnell, aber zwei mehr. Durchbrillen! Durchbrillen! Trübscher! Sehr gut! Richtig geil! Das ist so wie Freunde! So wie Freunde! Ey, das ist derbe! Hey, ja, wunderbar! Das ist genauer, ey! Oh, yes! Das ist ein bisschen laut, das ist ein bisschen. Puh! Das ist eine geile Scheibe, oder? Unsere Catering-Jacht liegt noch da vorne, die müssen wir jetzt kurz umpacken. Aber das ist kein Problem. Tara, park mal um! Wir parken jetzt um. Wir sind hier in Saint-Tropez und drehen meine Szene. Auf dem Wettel, auf dem Floß. Mit einem Leguan. Geil, oder? Freust du dich schon? Was man tun muss? Ah, herrlich! Stopp! Wuuu! Boop, boop, boop! Boop, boop! Boop, boop, boop! Ja, das ist immer ganz gut, das zu sehen, weil... An die meisten Zahlen kann man sich gar nicht erinnern. An die besten Partys kann man sich am meisten nicht erinnern. Kamera aus, Kamera aus. Ich will einmal noch mit ihr mitlaufen, total nah, nur scharf auf sie vor den Taxis. Und dann haben wir es. Das muss einmal noch kein Feld sein. Wir sind jetzt hier oben auf dem Gasometer in Berlin-Schöneberg. Wir sind ab 70 Meter Höhe, 450 Stunden hochgelaufen. Wir haben hier den größten Kahn der Welt drauf geschafft, um diese unglaublichen Luftaufnahmen zu machen. Wir sind jetzt hier oben auf dem mit Leisen. Und dann sind wir mit Leisen. Wir sind hier oben auf dem Garten. Wie warm ist der Pool so? Ist nicht kalt. Boah. Oh. 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 This is Blue Power. Blue Power.